Hallo bei BILDNER TV und einem ersten Video rund um den Hype um generative Bild-KIs wie Midjourney, Firefly, Stable Diffusion oder Dolly. Ob man die neuen Werkzeuge zur Erzeugung von Bildern oder auch anderen grafischen Inhalten jetzt gut findet oder nicht, Bild-KIs werden zusammen mit vielen anderen KI-Tools wie ChatGPT oder auch Sora, der neuen Text zu Video-KI, unser Leben definitiv verändern. Berührungsängste sind meiner Meinung nach nicht angebracht und deshalb gebe ich euch in diesem Video einen Schnelleinstieg ins Thema generative KIs. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei BILDNER TV Foto-Video, eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Wer heute schon mal auf einer der großen Nachrichtenseiten im Internet ohne Werbeblocker unterwegs war, der hat mit großer Wahrscheinlichkeit schon ein paar Bilder gesehen, die zu 100% von einer KI erzeugt wurden. Die Werbung, die Werbeindustrie, Marketing profitiert ganz besonders von BILD-KIs, da man sehr schnell sehr individuelle, spezifische und mittlerweile auch sehr hochwertige Fotos und Grafiken erzeugen kann. Aber auch als Hobby-Fotograf, Hobby-Bildbearbeiter, natürlich auch als Profi, kann man KIs schon nutzen. Wir haben hier auf BILDNER TV zum Beispiel schon Videos zur aktuellen Photoshop Elements Version 2024 gebracht, die sich mit den KI-Tools der Software für Landschaft und Porträtfotos beschäftigt. Und ich bin mir absolut sicher, in der nächsten Version von Elements kommt definitiv noch mehr KI-Technik zum Einsatz. Der BILD-KI-Zug hat circa 2021, 2022 so richtig Fahrt aufgenommen und wurde vor allem mit MidJourney so langsam massentauglich. Das Nutzungsprinzip oder Nutzerprinzip ist bei vielen KI-Tools ähnlich. Man meldet sich im Internet bei dem Dienst an, gibt in einem Textfeld ein paar Schlagworte oder ganze Sätze sowie technische Anweisungen zum Beispiel zum Seitenverhältnis ein oder auch zur Farbigkeit und bekommt dann eine Auswahl an Vorschlägen, die man dann weiter verfeinern kann. Am Ende von diesem iterativen Prozess steht dann ein Bild, das man sich skalieren und als bearbeitbare Bilddatei, PNG-Format zum Beispiel, speichern kann, um es für eigene Projekte zu verwenden. Ein paar Dinge, die man von Anfang an über BILD-KIs wissen sollte. KIs wie MidJourney, aber auch Stable Diffusion, Dolly, Firefly von Adobe, die werden vom Anwender, vom User mit Text gefüttert. Es handelt sich also um Text-zu-BILD-KIs. Es gibt auch andere Typen von KIs wie Bild-zu-Bild-KIs oder jetzt ganz neu, Sora, die neue Text-zu-Video-KI. Mögliches Problem bei Text-zu-Bild, wer über sein Schulenglisch nicht richtig hinausgekommen ist, der muss sich die Feinheiten des Prompting, also des Erstellens eines Prompts, einer Anweisung, erst erschließen. Ob das mühsam ist, da entscheidet jetzt die eigene Begeisterung fürs Thema. Zumindest ist das Ausprobieren bereits verwendeter Prompts, die man fast immer bei KI-Bildern findet, gerade auf den Seiten MidJourney, Dolly und so weiter, eine wahnsinnig coole Spielwiese für eigene Experimente. Man kopiert dann einfach die Prompts oder den Prompt eines vorhandenen Beispielbilds, kombiniert den dann mit eigenen Schlagwörtern und Befehlen und kriegt dann so völlig neue Ergebnisse. Wer lieber komplett neue Prompts definieren möchte, aber in Englisch jetzt nicht wirklich fit ist, der kann natürlich auch freie Promptübersetzer im Web oder Übersetzungsdienste verwenden. Allerdings die technischen Befehle zu Seitenverhältnissen, Größe, Skalierung und so weiter der jeweiligen KI, die muss man sich aber trotzdem in jedem Fall aneignen, da deren Schreibweisen festgelegt sind und sehr speziell. Was man noch bedenken muss, eine hübsche grafische Benutzeroberfläche wie in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop Elements, die sucht man meistens vergeblich. In Sachen Usability ist meiner Meinung nach hier Firefly von Adobe am weitesten. Hier arbeitet man zwar auch grundsätzlich mit Prompts, also Textbefehlen, bekommt aber für viele technische Feinheiten und Stile ganz klassische Schaltflächen und klickt sich da einfach durch. Im Vergleich zu Midjourney, bei dem man sich jetzt ausschließlich auf einem Discord-Server rumtreibt und Prompts eingibt, wirkt Firefly nun wirklich wie aus einer völlig anderen Welt, eben der Adobe-Welt. Trotzdem, beide Ansätze haben Vor- und Nachteile und wenn man sich mal an Midjourney und Discord gewöhnt hat, da wird man dann definitiv auch mit hervorragenden Ergebnissen belohnt. Wollt ihr in die KI-unterstützte Bildbearbeitung richtig einsteigen und die ersten Schritte in einer gewohnten Umgebung machen, dann empfehle ich euch einen Blick auf Photoshop Elements 2024 und unsere dazu passenden Videos und Bücher zum Programm. Mit Elements bekommt ihr den ersten Eindruck zur Leistungsfähigkeit von KI-Tools, zum Beispiel eben in der Portraitretusche oder auch in der Landschaftsfotografie oder auch zum Beispiel in der automatischen Auswahl von Objekten und Motivteilen. Schaut mal in unserem Online-Shop unter bildnerverlag.de vorbei. Da findet ihr unser aktuelles Standardwerk zu Photoshop Elements 2024, aber auch die Bücher zu den Vorgängerversionen. Allerdings die KI-Tools, die sind jetzt erst mit der 2022-24er-Version reingekommen. Und ihr findet in unserem Online-Shop auch unseren Online-Videokurs, der euch beim Einstieg in die mächtige Bildbearbeitung definitiv perfekt unterstützt. Ein Begriff, der im Zusammenhang mit Bild-KIs, aber auch mit anderen KIs immer wieder auftaucht, ist der Begriff des Models. Also Modelle sind die Basis jeder KI. Jedes Modell wird ständig mit einer Anzahl an Vorlagen trainiert, um dann immer bessere Ergebnisse beim Interpretieren der Texteingaben zu bringen. Es gibt sehr allgemein gehaltene Modelle, die mit enormen Bilddatenmengen von mehreren Millionen, vielleicht Milliarden Bildern trainiert werden. Aber es gibt auch ganz spezielle Modelle, wie zum Beispiel das gerade zum Mid-Journey hinzugefügte Niji, das sich auf die Gestaltung von Bildern im Anime-Stil spezialisiert hat. Wer sich mal ansehen möchte, wie verschiedene Modelle aussehen, beziehungsweise welche unterschiedlichen Stile und Ergebnisse möglich sind, dem empfehle ich einen Blick auf die Website civitai, also c-i-v-i-t-a-i.com, die auf Stable Diffusion basiert. Auch hier muss man sich zunächst anmelden über Discord, hat aber dann Zugriff auf eine riesige Anzahl an Beispielbildern, die einem die Leistungsfähigkeit von Stable Diffusion als Oberbegriff und den KI-Modellen, die da untergeordnet sind, zeigt. Man kann von den Beispielen und Modellen ausgehend dann auch sofort anfangen, eigene Bilder zu generieren. Auch wieder über diese Geschichte, dass man prompt kopiert und neu verändert. So wie bei Mid-Journey ist auch die Nutzung von Stable Diffusion über civitai.com in der Basisversion kostenlos. Will man keine Werbung, Wasserzeichen oder Einschränkungen bezüglich Geschwindigkeit, Bildgröße oder der Anzahl an möglichen Eigenkreationen, dann muss man ein Monatsabo abschließen. Die Abos der verschiedenen KIs, die liegen dann meistens so zwischen 5, 6, 8, 10, 20, 30 Euro, je nachdem, wie viel man eben möchte, wie viel man generieren möchte. Firefly von Adobe kostet übrigens im Monat so knapp 6 Euro, natürlich dann immer im Zusammenhang oder im Zusammenspiel mit der Creative Cloud, die ja dann auch wieder was kostet. Falls ihr jetzt schon ganz heiß drauf seid, all eure kreativen Ideen sofort mit Hilfe von übermächtigen Bild-KIs umzusetzen oder auch für den Fall, dass ihr jetzt Panik habt, dass in Zukunft jede eurer kreativen Leistungen von der KI locker übertroffen wird, da habe ich noch was für euch zum Schluss. Quasi zum Runter auf den Teppich kommen. Auf dem Discord-Channel von Civitai gibt es im Bereich der Communities eine Rubrik Fails-Showcase. Also wie der Name schon sagt, werden hier Fehlversuche, Fails und zum Teil ziemlich seltsame Ergebnisse der KI gezeigt. Also einerseits ordnet das die Möglichkeiten der KI dann doch wieder ziemlich realistisch ein und andererseits ist es stellenweise schon echt schreck und total lustig. Also scrollt euch da mal durch, das macht echt Spaß. So, das war jetzt unser erstes Video zum Wahnsinns-Thema Bild-KIs. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und gebt uns auf jeden Fall Bescheid, ob und was wir noch für euch hier bringen sollten rund um den Themenkomplex der Bilder-KIs. Ich würde mich freuen, euch hier bei Gelegenheit wieder zu sehen und wünsche euch bis dahin viel Spaß beim Experimentieren und kreativ sein mit den neuen KI-Werkzeugen. Wir sehen uns, bis dann, ciao. Wir sehen uns, bis dann.